King Beatty Funny Gameplay Everyday Moin Leute, Beatty am Start. Ich habe eine Ankündigung zu machen und zwar bekomme ich wahrscheinlich einen Gitarristen der für meinen Kanal schreibt. So, derjenige hat sich bereit erklärt Songs für meinen Kanal zu schreiben und er möchte auch ein bisschen einen Ruhm einheimsen, ist klar, gönne ich ihm. Derjenige heißt Micha mit dem Farbfilm, ihr könnt ihn bei Instagram finden, auf jeden Fall ein cooler Typ und halt auch Arbeitskollege, deswegen hat das alles wunderbar geklappt. Eigenes Aufnahmestudio hat er auch, so mit seiner Band The Jugglers Players und das wird auf jeden Fall wunderbar. Ich will jetzt nicht noch großartig hier rum labern. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Es ist ein, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es noch ein Dämmerung Strike war, aber ich glaube, es war ein heroischer Strike. Ich und Nahu. Okay, haut da raus und haut da rein Und bis zunächst. Viel Spaß beim Video. Aufheben, oder was? Aufheben ist nächste Woche, denn Droppi jetzt sammelt und habe Droppener nächste Woche auf Hörung nicht mehr will. Da gibt es eigentlich die Frühjubere auf. Das ist nur Ruf für den Waffen und von Polka alles. Und gibt sie dann nächste Woche erfasst. Denn die bleiben dann in der Postfelle. Also mit Danny Osana, um etwa hier arbeiten zu können! Werthink Barger Pendeln? Wollen wir stins zu identiken? Are Sie nicht mehr Arbeạtenden? Mein skipped Amal! Ok, Bargeressant reißt. ボ tiet Sie nicht! Dieser Panzer hat eine Solar-Brennstoffzelle freigelegt. Klasse, nimm sie und äh... Plan spart. Du nimmst das Ding und bringst es zum Explodier-Dingsbums. Fertig ist der Plan. Schlechtere gehört. Gute Arbeit. Das sollte die Barriere deaktivieren. Schlechtere gehört. Schlechtere gehört. Schlechtere gehört. Schönen aufs Leutnant. meinen es wirklich ernst. Glaubst du das war's? Er hat sicher noch mehr in petto. Unsichere Männer umgeben sich gerne mit Gleichgesinnten. Hey, hast du dazu was zu sagen? Ja, zwischig und dann am Morgen Spätdienst. Ja, man kann ja auspennen, das ist doch, aber man ist trotzdem total matt vom Tag. Ja, Vortag ist bloß drei Stunden geschlafen. Neues Video ist jetzt oben, ne? Leider hat sich in das Video auch sehr viele schriftliche Fehler eingeschlichen und wahrscheinlich muss ich es entweder nochmal hops nehmen, also nochmal rausnehmen und dann neues verbessertes rein, weil ich habe das Ding fast im Halbschlaf habe ich das Vize zusammengestellt. Oh. Deswegen. Wimper. 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 ein panzer weniger aber wir müssen uns den kopf zu kümmern noch einer die die Was ist denn hier? boah, Sielbist! Alter, ist dein Ernst? Hau uns den von Typen weg, Alter! Putz! Mann, 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 Mann Ich hab jetzt langsam so ein bisschen die Lust an der Walkliff-Spule entdeckt Mir machte jetzt auch Spaß, also vorher konnte ich damit überhaupt nicht umgehen. Das ist mehr oder weniger als ein Nahkampfraketen dafür, ja. So viel kurzer, das mittlere des Grenzen. Und ich bleib hier schön mit Mitternachtsputsch am Start und so. Hallo. Hallo. Und dann macht's Knips. Wir haben Thüner gefunden, hübs. Lasst ihn nicht entkommen. Alter, das ist... Das ist primär einfach wirklich nur mit dem Film, ja. Nichts? Mach. Mach. Mach! Einmal war die gelben weggepult. Was machen wir schon was? Wer denn? Mist, wieso hat er für die Premiere keine Munition mehr? Grüßt! Wollen wir da noch ein bisschen Eisen wandern oder so? Doch, nee. Ich würde eher mehr streiken wollen. Nein, ich glaube... Voll in die Fresse! Hängen! Voll in die Fresse! Hängen voll in die Fresse! Nein! Tschüss! Alter! In der ersten Runde! Geil! Geil!